Sieh, Sie sind Dings verhaftet. Es ist ausgestanden, man kann aufatmen, das Silvestergeiseldrama im Fertigteilhauspark zur Blauen Lagune ist unblutig zu Ende gegangen. Ein Einsatzkommando der Gendarmerie hat den Amokläufer nun im Gewahrsam genommen. Herbert Gritschal hat seit vier Tagen den Handelsangestellten Gerald Isak als Geisel festgehalten. Die Hintergründe für diese Wahnsinnstat liegen vollkommen im Dunkeln. Nach Mitteilung des Einsatzleiters, der Gendarmerie-Major, Warg Gritschal, bist du nicht Polizei bekannt? Ich weiß überhaupt nicht, was ich mein Leben mit der Polizei tun kann. Ich habe nur vor fünf Jahren einen Bauersprachvertrag angeschlossen. Ich habe mich nicht einmal zweckgebunden. Genau, das heißt, ich hätte eigentlich überhaupt kein Haus bauen müssen. Philipp, warte! Hey, lass mich durch! Ich bin ein bisschen in Schlechtkong in Wien. Ich habe ein bisschen Parkplatzsucht. Ich bin bei Olawerk gefahren. Gritschal an Enterprise. Enterprise, bitte kommen. Hier, Captain Kirk. Hi, Jim, Gritschal da. Ja? Bei mir unten brennt ein bisschen der Hut. Kennt ihr mich ja auch. Wir holen wir auf dem Planeten, das ist ja nicht kein intelligenter Lebewesen. Verstanden. Scotty, Transporterraum aktivieren. Notevakuierung. Okay. Herbert! 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 Erbert! 阮, Bar! Waffe! Nimm mich mit! Energie, bitte! Korutschal! Ende. Das war's für heute.